Thyssen-Krupp-Gerlach Hier hat alles seinen Anfang. Hier wird Energie zur Bewegung. Denn Thyssen-Krupp-Gerlach schmiedet Kurbelwellen. Eine elementare Komponente eines jeden Verbrennungsmotors. Und das bereits seit über 40 Jahren. Schon im Jahre 1947 gründete Karl Gerlach das Werk, damals noch zur Fertigung von mechanischen Grubenstempeln. In den 70ern folgte dann die Übernahme durch Krupp. Wenige Jahre später die Spezialisierung auf geschmiedete Kurbelwellen. Heute ist das Werk in Homburg mit seinen rund 800 Mitarbeitern Teil der Thyssen-Krupp-Forging-Group. Ein ausgeprägtes Arbeitssicherheits-, Qualitäts- und Umweltbewusstsein. Innovationsfreudigkeit, Kundenorientierung, hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Das zeichnet unser Unternehmen aus. Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir unsere Kunden. Wir helfen bei der Entwicklung von verbrauchsoptimierten, missionsarmen und zuverlässigen Fahrzeugen. Weil wir Spezialisten sind. Genau diese Spezialisten stehen Ihnen schon zu Beginn der Zusammenarbeit zur Verfügung. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir hochwertige Produkte. Selbstverständlich nach dem neuesten Standard. Dabei kommen in allen Entwicklungsphasen modernste Werkzeuge und Methoden zum Einsatz. Wir verfügen über einen eigenen Werkzeugbau, mit dem wir rasch auf die Entwicklungs- oder Änderungswünsche unserer Kunden reagieren können. Modernste Frästechnologien sind bei uns selbstverständlich. Der hohe Automatisierungsgrad unserer Schmiedelinien ermöglicht kurze Takt- und Umrüstzeiten. Als Hersteller einer Schlüsselkomponente nehmen wir unsere Verantwortung für Qualitätssicherung sehr ernst. Das beginnt bei der sorgfältigen Auswahl der Lieferanten und Werkstoffe und geht bis zur ausführlichen Endkontrolle und Qualitätsprüfung während der Serienproduktion. Dabei spielt natürlich auch der Umweltschutz eine wichtige Rolle. Durch konsequente Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften erreichen wir ein Höchstmaß an Sicherheit für unsere Mitarbeiter. Neben der Arbeitssicherheit ist der Gesundheitsschutz ein vorrangiges Anliegen an allen Arbeitsplätzen. ThyssenKrupp-Gerlach ist Ihr Partner für die Produktion von Kurbelwellen. Wir schmieden Kurbelwellen für fast alle Verbrennungsmotoren. Ob für PKW, LKW, Traktor, Mähdrescher oder Flugzeugschlepper. Bei uns sind sie an der richtigen Adresse. Am wichtigsten ist uns dabei, ein Produkt zu schaffen, das vor allem den Ansprüchen unserer Kunden gerecht wird.